Hallo zusammen, mein Name ist Hesse, ich bin UX Research Manager bei Scopus Nova. Wie wir alle wissen, sollten Nutzer von Anfang an und kontinuierlich in Design- und Produktentscheidungen einbezogen werden, um wirklich nutzerzentrierte Produkte und Services zu entwickeln. Das zu realisieren ist aber nicht immer so einfach. Wie Sie das realisieren können, möchte ich Ihnen daher heute mit unserem Förderprogramm für Ihre Entwicklung zeigen. Denn unsere UX-Communities bringen Sie mit Ihrem Nutzer in einen schnellen und engmaschigen Austausch, damit jede Design- und Produktentscheidung wirklich nutzerzentriert getroffen werden kann. Nun aber erst einmal zur Ausgangssituation zurück. Unternehmen wollen Produkte und Services nutzerzentriert entwickeln. Denn eine hervorragende User Experience ist ja heutzutage ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Sticht Ihr Produkt oder Service unter der Vielzahl der Alternativangebote nicht heraus, begeistert es nicht, wird der Nutzer wahrscheinlich eher zum Wettbewerbsangebot greifen als zu Ihrem Produkt. Entspricht das Produkt oder das Service nicht den Erwartungen des Nutzers, liegt das wiederum häufig daran, dass er oder sie zu spät gefragt wurde und im Prozess der Entwicklung involviert wurde. Oftmals ist es doch immer noch so, dass Produkte und Services weitestgehend im stillen Kämmerlein konzipiert und entwickelt werden. Im besseren Fall macht man mal vorab eine Online-Umfrage oder Fokusgruppe über die Bedürfnisse der Nutzer. Dann konzipiert man das Ganze und dann passiert eine ganze Weile gar nichts und dann zeigt man irgendwann schon weit ausgereifte Prototypen oder Design-Entwürfe. Im schlimmsten Fall wird die Nutzerforschung sogar nur auf einen einzigen Usability-Test kurz vor Launch oder sogar erst danach reduziert. Viel zu häufig erleben wir dabei, dass dann gar nicht so sehr die Usability im Vordergrund steht, sondern dann auch erst aufkommt, dass der Service oder das Produkt bereits in seinem Grundkonzept gar nicht den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. An dieser Stelle ist es dann aber natürlich leider schon viel zu spät. Tja, was ist jetzt passiert? Wer ist denn dann eigentlich daran schuld? Oftmals fehlen drei Dinge, um den Nutzer von Anfang an und kontinuierlich mit ins Boot zu holen. Das Erste sind Methoden und Tools. Usability-Tests sind in vielen Unternehmen schon angekommen. Selbst wenn man da einfach mal schnell Verwandte oder Freunde befragt, ist das besser als nichts. Online-Umfragen, Interviews und Fokusgruppen gehören zumindest in Unternehmen mit betrieblichen Marktforschern eigentlich ja auch schon zum Standardreporter. Aber haben Sie schon mal an Bedürfnistagebücher, Card-Sortings, Tweet-Testings und unmoderierte Usability-Tests gedacht? Die Methodenvielfalt im User-Experience-Research-Bereich ist eigentlich sehr, sehr groß. Die angebotene Tool-Vielfalt, ich spreche da aus Erfahrung, ist erst einmal erschlagend. Oftmals setzen Unternehmen hier gerade einmal die Spitze des Eisberges ein. Oder haben Sie bereits Tools wie Optimal Workshop, Loop 11 oder Userlytics im Einsatz? Wenn Sie das verneinen können, dann wie gesagt, Spitze des Eisbergs wahrscheinlich erst im Einsatz. Ein Grund dafür, warum Sie diese Tools wahrscheinlich auch noch nicht haben, ist, wie gesagt, die Tool-Vielfalt ist erst einmal erschlagend. Man braucht viel Zeit, das zu recherchieren, auszuprobieren. Und auch bei der klassischen Marktforschung ist Zeit so ein wichtiger Faktor. Denn bis man in der klassischen Marktforschung soweit ist, um mit den Nutzern zu sprechen, sind mit Angebotserstellung, Beauftragung und Rekrutierung bis hin dann zur Durchführung häufig meist mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate vergangen. Je nach Dringlichkeit von Design- und Produktentscheidungen kann das aber natürlich bereits viel zu lange sein. Aus Zeitdruck entscheidet dann doch häufig noch eher das Bauchgefühl statt fundiertes Wissen über Nutzerverhalten. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Der dritte Aspekt, das sind interne Ressourcen. Viele Produktteams würden den Nutzer natürlich gerne früh und kontinuierlich mit ins Boot holen. Doch Produktteams sind häufig dann doch eher klein und die Ressourcen daher begrenzt. Die einzelnen Kollegen sind dann mit so vielen To-Dos in der Konzeption und Entwicklung beschäftigt, dass kaum Kapazitäten für die Befragung von Nutzern übrig bleiben. Mit unserer UX-Community-Lösung wollen wir genau diese drei Probleme adressieren. Was ist denn nun aber unsere UX-Community-Lösung? Woraus besteht unser Förderprogramm für Ihre Entwicklung? Eine UX-Community ist erstmal eine geschlossene Online-Plattform, die wir im Auftrag für Sie betreiben. In dieser Plattform greifen Sie auf einen exklusiven Testerpool zurück, den wir speziell für Sie rekrutiert haben. Einmal aufgesetzt, können Sie jederzeit auf diesen Testerpool zurückgreifen und Ihre potenziellen Nutzer somit kontinuierlich befragen. Dabei stellen wir Ihnen bereits verschiedenste von uns erprobte Tools für Ihren UX-Research zur Verfügung. Die Research-Aktivitäten können dabei sowohl im Full-Service durch uns konzipiert, durchgeführt und ausgewertet werden, als auch im Co-Management durch Ihr Produktteam selbst erfolgen. Also da sind wir relativ flexibel. Wie gesagt, je nach Kapazitäten kann das Projektteam von Ihrer Seite auch Fragebögen, Leitfäden, eigene Befragungen reinsteuern. Und wir führen es dann durch oder die Kollegen führen es teilweise durch. Also Ihr Produktteam an der Stelle vielleicht auch macht dann ein bisschen mit. Die Auswertung können wir dann auch wieder übernehmen oder das Produktteam. Da sind wir sehr flexibel, einfach entsprechend den Ressourcen, die Sie da auch selber haben, kann man das in ganz unterschiedlichen Zusammenarbeitsgraden hier machen. Lassen Sie mich die Lösung der vorhin genannten Probleme noch einmal zusammenfassen. Zunächst müssen Sie nicht selbst die Tools recherchieren. In der UX-Community haben Sie eine Vielzahl etablierter und von uns geprüfter UX-Tools bereits in der Toolbox. Das zweite ist, dass Sie keine Zeit verlieren mit Anfragen an Dienstleistern wie uns und die Rekrutierung der Nutzer über einen Felddienstleister beispielsweise. In der UX-Community steht Ihnen Ihr Testerpool dann bereits bereit. Und Sie müssen sich, wie ich eben schon ausgeführt habe, gar nicht mehr um Kapazitäten sorgen. Unsere UX-Researcher unterstützen Ihr Produktteam und springen für Sie ein. Nun aber erstmal genug der Werbung. Am besten lässt sich so eine UX-Community natürlich erklären, wenn man die mal selber gesehen hat. Da möchte ich Ihnen jetzt im nächsten Teil eine Demo zeigen. Genau, wir stellen uns dafür jetzt einmal vor, ein Projektteam der NASA, das an digitalen Plattformen arbeitet, bestehend aus Product Owner, Researcher und Designer, wäre auf uns zugekommen und hätte gesagt, Hey Nova, wir wollen unsere Astronauten mehr involvieren, um bessere digitale Services für Sie zu entwickeln. Wie können wir das denn machen? Tja, dafür haben wir die UX-Community Sternwarte aufgesetzt und darin schon auch eine ganze Menge Astronauten eingeladen. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. So, Sie müssen jetzt hier die UX-Community Sternwarte sehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das geklappt hat. Und ja genau, hier, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist die Teilnahme an der UX-Community aus Nutzerperspektive. Die Teilnehmer loggen sich hier zunächst mit ihrem persönlichen Zugang ein. Hier beispielsweise einen Zugang, den wir für Neil Armstrong angelegt haben. Und mit diesem persönlichen Zugang kommt er dann in diese Community rein. Und was er dann sieht, ist ein Überblick über alle Aktivitäten, an denen er gerade innerhalb der Community teilnehmen könnte. Da sind dann auf den ersten Blick ganz verschiedene Dinge dabei. Ich möchte die Beispiele jetzt mal anhand der Fragestellungen mit Ihnen durchgehen, die NASA damit beantworten wollte. Die erste Fragestellung, die das Projektteam beschäftigt hat, war mehr über das alltägliche Leben der Astronauten zu erfahren. Was beschäftigt sie? Was ist Ihnen wichtig? Was sind Bedürfnisse der Astronauten, die die NASA mit digitalen Tools adressieren könnte? Also erst einmal sehr breite Fragestellungen. Eine Tagebuchstudie eignet sich da erstmal bestens für. Schauen wir hier einmal in diese Tagebuchstudie rein, die man dann hier über diese Aktivitätenkachel aufrufen kann. Genau, hier sehen wir jetzt das Tagebuch von Neil Armstrong. Hatte ein bisschen darum gekämpft, auch wirklich als Erster auf dem Mond sein zu dürfen. Und was wir hier aber auch rauslesen können und was dann auch aus den Tagebuchern der anderen Astronauten hervorgegangen ist, ist, dass es scheinbar ein starkes Bedürfnis gibt, mehr über die Missionen anderer Astronauten zu erfahren. Jeder ist da so sehr auf seine eigene Mission fokussiert, dass man überhaupt nicht mehr mitbekommt, woran die ganzen anderen Astronauten gerade arbeiten. Es gibt aber im Moment noch keine richtig gute Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Soweit erst zu unserer ersten Aktivität und zu den Bedürfnissen der Nutzer. Hier beim Tagebuch sei noch gesagt, das ist wirklich ein persönliches Tagebuch. Also nur Neil Armstrong kann da in sein Tagebuch reinschreiben. Wir als Betreiber der Community, als Moderatoren können das lesen und können auch die Tagebücher der anderen lesen. Alle anderen Astronauten können aber nicht sehen, was Neil Armstrong da reingeschrieben hat. Also es ist quasi das private Tagebuch hier online dann, was hier geführt wird zum Thema, ja, was beschäftigt mich eigentlich als Astronaut. Was man hier an der Stelle auch hätte machen können, wäre beispielsweise ein Forum aufzusetzen, wo die Astronauten dann über ihre Bedürfnisse diskutieren. Das wäre dann quasi so, dass man ein Kommentarfeld hat und auch die Kommentare aller anderen Astronauten lesen kann. Das ist einfach so eine Entscheidung, die man treffen kann. Ist es eher was Persönliches, was Privates, sodass man einen geschützten Raum hat und so ein Tagebuch? Oder will man die Astronauten untereinander diskutieren lassen und dann hätte man hier beispielsweise ein Forum? So, wir haben nun die grundlegenden Bedürfnisse der Nutzer, unserer Astronauten an der Hand. Aber wie geht es denn damit dann weiter? Wie wird aus diesem doch noch sehr vagen Bedürfnis etwas zu erfahren, was die anderen Astronauten denn so tagtäglich machen, nun nutzerzentriert auch ein Produkt entwickelt? Dafür haben wir natürlich auch eine Methode und eine Aktivität parat. Dazu gehe ich mit Ihnen wieder in die Übersichtsseite. Und genau, was wir hier jetzt vor uns haben, ist dieser Ideation Workshop. Da stand zunächst im Raum, ein Ideation Workshop auf Grundlage dieser Bedürfnisse nur exklusiv mit dem Projektteam durchzuführen, also einen internen Workshop, ohne die Astronauten dann zu involvieren. Wir haben dann aber in diesem Schritt davon abgeraten, denn die Community macht es hier wahnsinnig leicht, die Astronauten auch in die Ideenfindung zu involvieren. Ein Ideation Workshop mit uns als Moderatoren, dem Projektteam und den Astronauten sieht dann wie folgt aus. Man klickt hier auf die Kachel, konnte vorher quasi einen Termin vereinbaren. Es haben sich da einige Astronauten beworben. Wir haben dann zehn entsprechend der zeitlichen Verfügbarkeit ausgewählt, um mit uns in einen Workshop zu gehen. Und dann kriegen die Astronauten hier nochmal eine Erinnerung, dass sie pünktlich sich in die Teams-Konferenz einwählen sollen für diesen Workshop. Also es war in dem Sinne auch ein Remote-Workshop, sodass man Astronauten in dem Fall jetzt aus ganz Deutschland befragen konnte und das Ganze auch kontaktlos Corona-konform in der letzten Zeit durchführen konnte. Was man bei so einem Remote-Workshop dann häufig hat, ist auch ein digitales Whiteboard, an dem man zusammenarbeitet. Da haben wir hier an der Stelle Miro genutzt. Und wie dieses digitale Whiteboard aussieht und was so für Ideen aus dem Workshop entstanden sind, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. So, genau. Da liegt unser digitales Whiteboard. Und in diesem digitalen Whiteboard ist erstmal eine klare Struktur für den Ablauf des Workshops vorgegeben. Es ging bewusst darum, auch erstmal die verrücktesten Ideen zuzulassen. Anhand der gemeinsamen Herausforderungen, die wir in der Tagebuchstudie ausgearbeitet haben, wurde dann in gemischten Gruppen eine Vielzahl von Ideen erarbeitet. Dabei stand immer die Frage im Fokus, wie können wir denn die Astronauten nun besser über die Arbeit der anderen Astronauten informieren. Bei so einem Ideation-Workshop entstehen natürlich erst einmal die wildesten und futuristischen Ideen. Da war zum Beispiel hier, wir sehen es hier am Rand, dabei sowas wie Hologram-News oder die Space-Post-Kutsche. Oder auch hier haben wir den Spacebook-Space-Influencer, der dann quasi in einer Art sozialen Netzwerk posten kann. Und alle Astronauten haben dann wie bei Facebook quasi so ihr Profil und können über ihren Alltag schreiben. Oder aber auch so ein bisschen geerdetere Ideen, dass man einfach quasi die NASA-Webseite nutzt, um dort über verschiedene Missionen aufzuklären und zu zeigen, wer arbeitet daran beispielsweise. Das erstmal, um nur ein paar Beispiele zu nennen von Ideen, die bei so einem Workshop dann entstehen können. Nehmen wir einmal diese Ideen und überlegen uns, wie geht es denn dann weiter? Auch hier haben wir natürlich wieder eine Lösung parat und die Community eingesetzt. Denn hier können wir nun direkt die Astronauten befragen, welche Idee sie dann selbst für am vielversprechendsten finden. Dafür kann man dann in der Community einfach eine klassische Online-Befragung schalten. Während wir im Prinzip die Ideen mit zehn Leuten erstmal, also zehn Astronauten im Workshop erarbeitet haben, ging es dann quasi an alle Astronauten, die in dieser Community registriert sind. Und die haben dann diese Kachel bekommen, Ideen bewerten. Und das sieht dann letztlich so aus, dass da eine Online-Umfrage hinter steckt. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel das Facebook bewerten, hinsichtlich Nutzungswahrscheinlichkeit, hinsichtlich würde ich denn da auch eigene Beiträge beisteuern, wie gefällt mir die Idee, würde die dieses Bedürfnis befriedigen, mir Einblick in die Arbeit meiner Kollegen zu geben und passt das denn eigentlich auch zur NASA? Das kann ich jetzt hier für diese Idee ankreuzen, so als Leser finde ich auch, das finde ich gut, das würde ich nutzen. Regelmäßig Beiträge beisteuern, ich bin jetzt auch hier nicht jemand, der so häufig in Facebook reinschreibt. Also dann mit meinen Astronautenkollegen da, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so, ich denke eher nein. Aber die Idee gefällt mir erstmal gut und Einblick, ob ich dann wirklich so viel Einblick bekomme oder einfach Neil Armstrong dann sein Mittagessen postet, das ist natürlich dann auch so eine Frage. Also weiß ich nicht so und passt zur NASA? Ja, weiß ich auch nicht. Aber genau, was haben wir denn da noch so für Ideen? NASA-Webseitenbereich, das würde ich auch lesen, ja. Ach, da könnte ich mir auch mal vorstellen, ja, das heißt regelmäßig, aber da würde ich was beisteuern zu. Da würde ich über meine Missionen schreiben und dann, ja, das würde ich schon machen. Das finde ich auch sehr gut. Das würde mir bestimmt auch Einblick bringen und die NASA-Webseite, die gibt es ja schon, das passt zur NASA. Genau, was wir dann herausfinden ist, dass bei Facebook dann doch nicht so viele Leute teilnehmen wollen und dann funktioniert natürlich dieses Facebook-Konzept nicht mehr. Aber der Bereich auf der NASA-Webseite, der wurde erstmal besser bewertet dahingehend und das Projektteam hat sich dann entschieden mit diesen Erkenntnissen an die Umsetzung eines Design-Prototypen zu gehen für den NASA-Bereich auf der Webseite. Wir haben dann empfohlen, diesen Prototypen möglichst früh zu testen, statt damit direkt in die Entwicklung zu gehen. Dazu haben wir sechs Astronauten aus der Community für Remote-Usability-Tests eingeladen. Das gucken wir uns auch wieder hier in der Kachel an. Hier in dieser Kachel für Remote-Usability-Test konnten die sechs Astronauten oder konnten erstmal alle Astronauten, die eingeladen waren, einen Termin auswählen und aus allen Bewerbungen konnten wir uns dann wieder passend die Teilnehmer raussuchen. So ein bisschen gemischtes Geschlechterverhältnis, passt es von den Sideslots her, haben wir uns da sechs Personen aus der Community rausgepickt. Und wie dann so ein Usability-Test an der Stelle aussieht, will ich Ihnen nun anhand unserer Kollegin, der Astronautin Pia, zeigen. So, ich glaube, damit Sie dann auch Ton in Ihrer Aufnahme gleich haben, muss ich nochmal einmal ganz kurz die Bildschirmaufnahme beenden. Das dauert einen ganz kurzen Moment. So, da haben wir jetzt das Remote-Interview mit Astronautin Pia, dass sie sich hier, wenn sie selber jetzt teilgenommen hat und auf die Kachel klickt, auch nochmal selber anschauen kann. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, was sie uns so erzählt hat und wie sie mit diesem Klick-Prototypen, den wir ihr gezeigt haben, klargekommen ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über deine Erfahrungen zu sprechen und mit uns gleich auch einen Prototypen anschaust. Erzähl doch einfach mal, wer bist du und was beschäftigt dich gerade? Ja, hey, ich bin die Pia. Ich bin jetzt seit acht Jahren Astronautin bei der NASA und ich bin gerade auf der ISS. Moment mal, entschuldige, mein Headset ist weggeschwebt. So, wo war ich dran? Ach ja, seit ich hier bin, haben wir alle möglichen Experimentmente zu verschiedenen Themen durchgeführt. Aber irgendwie fehlt mir total der Draht zu den anderen Astronauten. Die Crew hier an Bord kenne ich ja, aber ich kriege ganz wenig mit, was zum Beispiel die Kollegen auf der Erde so machen. Das finde ich irgendwie schade. Ja, da bin ich mal gespannt, was du zu den Prototypen sagen wirst, den wir heute dabei haben. Teil doch bitte im ersten Schritt einmal deinen Bildschirm. Und ich hatte dir ja schon den Link von unseren Prototypen zugesendet. Kleinen Moment. Okay, super, da sieht man das ja schon. Wir wollen heute über das Teleskop sprechen hier an der Stelle. Und du interessierst dich natürlich, was die Kollegen auf der Erde mit diesem Teleskop machen und möchtest mal rausfinden, welcher deiner Kollegen denn am Projekt überhaupt beteiligt ist. Wie kannst du denn sehen, wer von deinen Kollegen hier beteiligt ist? Okay, ich würde erst mal so ein bisschen schauen, was sie überhaupt auf der Startseite gibt. Und ich glaube, ich würde mal auf Mission Operations gehen. Und was siehst du da jetzt? Was geht dir durch den Kopf? Also erst mal sind hier eher so Bilder vom Kontrollzentrum, habe ich das Gefühl. Ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht direkt, wer da an der Mission so teilnimmt. Das ist aber auch cool. Vielleicht bei Explore. Ah ja. Light, the Night Sky. Spin-Offs. Nee, das sieht auch nicht so aus. Was hast du da jetzt gefunden? Das sieht so ein bisschen aus, wie einfach so ein paar Eindrücke oder vielleicht so Blogbeiträge. Da kann ich nicht mal draufklicken. Wow. Ah ja, das sind so kleine Artikel, glaube ich. Ja, weil es ist nicht meine Kollegen, die ich hier sehe. Vielleicht About? Oder komme ich da zurück? Okay, also Story, History, Timeline. Oh, Team. Da würde ich drauf gehen. Ja, das sieht doch so aus, als ob sie da mitarbeiten. Ja, und wie empfindest du die Aufbereitung hier? Ich finde es relativ schwer zu finden, ehrlich gesagt. Also, ich hätte das irgendwie jetzt hinter Mission Operations oder so vielleicht vermutet. Einfach, weil das Wort Mission für mich bedeutet, dass das einfach, ja, dass an der Mission vielleicht das Team beteiligt ist. Das ist irgendwie so bei About, ja, also es ergibt schon Sinn, dass das da ist, aber ist für mich nicht so deutlich, muss ich sagen. Ja, wie wir sehen, hatte unsere Astronauten Pia dann doch noch ein paar Schwierigkeiten gehabt, sich in unseren Prototypen zurechtzufinden. Es war also Zeit, noch einmal über die Strukturierung und Kategorisierung der Inhalte nachzudenken. Und um da besser zu verstehen, wie Astronauten denken, haben wir im nächsten Schritt dann mal 50 Astronauten eingeladen, die Inhalte in unseren Prototypen nochmal ganz neu zu sortieren. Aus Nutzersicht sieht das dann wiederum so aus, dass wir hier eine Aktivität angelegt haben, Inhalte sortieren. Da steckt letzten Endes ein Card-Sorting hinter, auch das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Und genau, hier haben wir dann auch mal Kollegen aus dem internationalen Kontext eingeladen, also weltweit Astronauten oder vielleicht auch ein paar auf der internationalen Raumstation. Und wenn die das Ganze dann geöffnet haben, haben sie hier erstmal entsprechend eine kleine Einführung bekommen. Und dann haben sie jetzt hier links die verschiedenen Inhalte gesehen und konnten die dann rechts auf der Fläche platzieren, um sie zu sortieren. So, da können wir auch mal schauen, was ist denn da dabei, was macht denn eigentlich Sinn? Da sehe ich schon hier, wenn ich rübergehe, hier 360-Grad-Tour, das ist doch irgendwie was Unterhaltsames. Haben wir noch andere unterhaltsame Sachen da dabei? Hier, eine Quiz-Challenge, das ist auch was Unterhaltsames. Was haben wir dann noch so? Hubble, ein Skype, Videos, Videos, Videos sind auch was Unterhaltsames. Und da haben wir noch ein Video. Und dann hatte ich doch, ah ja hier, Form Space to Sound, das klingt auch nach irgendwie so, das ist bestimmt jetzt nicht irgendwie so ganz seriöse Wissenschaft, sondern das ist so Unterhaltungs-, also so ein Unterhaltungsbereich. Könnte ich jetzt hier mal Unterhaltung oder Entertainment oder irgendwie Fun oder so nennen. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn da noch so dabei? Instruments, das ist jetzt auf jeden Fall, das sind so harte Fakten, das ist ein technisches Thema, wie das Ganze funktioniert. Dieses Space Teleskop war das hier. Genau, da haben wir auch noch hier Electrical Power, das gehört da auch zu, das ist was Technisches. Communications, das hat auch ein bisschen was Technisches, denke ich. Ja, das Design, das denke ich auch gehört da rein. Optics, das sind so, genau, das sind so die ganzen technischen Hintergründe. Das nenne ich Technik. Genau, und so kann ich dann die verschiedenen Inhalte hier sortieren in verschiedene Kategorien. Und wir lernen wiederum, indem wir das mit vielen Astronauten durchführen, welche Kategorisierungen kommen häufiger vor, wie wird da sortiert. Also wir lernen zu verstehen, wie die Astronauten die Inhalte einsortieren würden, also so ein bisschen wie die Astronauten da ticken und können davon ableiten, wie wir die Webseite aufbauen müssen, damit die Astronauten damit gut klarkommen, dass die Inhalte im Prinzip an der Stelle sind, wo die Astronauten sie auch erwarten, dass es für die Astronauten eine sinnvolle Sortierung ist. Es gibt natürlich hier jetzt nicht die eine richtige Lösung. Meist entstehen hier zwei oder drei verschiedene Möglichkeiten der Anordnung. Möchte man wissen, welche da am besten funktioniert, muss man noch einmal die Astronauten bei der Nutzung beobachten. Es ist also dann Zeit für einen etwas größer angelegten Prototypen-Test. Dazu wurden nämlich jetzt drei verschiedene Anordnungen, die aus dem Card-Sorting entstanden sind, jeweils in einem Klick-Prototypen umgesetzt. Also schon mal drei Klick-Prototypen. Um diese drei Prototypen dann mit einer angemessenen Fallzeit auch vergleichen zu können, ist es jetzt natürlich gut, dass wir schon über 100 Astronauten aus aller Welt in unserer Community haben. Aber die jetzt alle bei der Nutzung dieser verschiedenen Prototypen zu beobachten, jetzt so im Rahmen von einem klassischen Usability-Test, wie wir das mit der Astronauten PIA durchgeführt haben, das würde natürlich sehr, sehr lange dauern. Also dann hätte ich ja, selbst wenn das nur eine halbe Stunde ist, dieser moderierte Usability-Test, habe schon vorgegriffen, wenn dieser moderierte Usability-Test nur eine halbe Stunde lang ist, mit 100 Astronauten, wären das ja dann schon 50 Stunden Videomaterial, beziehungsweise auch ein Moderator, der sich 50 Stunden da hinsetzen müsste. Aber wie ich schon vorgegriffen hatte mit meinem kleinen Versprecher, haben wir einen unmoderierten Usability-Test an der Stelle gemacht. Wie das aussieht, das möchte ich Ihnen jetzt auch noch zeigen. Da haben wir jetzt hier die Kachel unmoderierter Usability-Test und wie wir hier sehen können, hätte man Internet auf dem Mond, könnte man auch vom Mond teilnehmen an diesem Test und muss sich jetzt keinen Termin buchen. Er ist nicht auf den Moderator angewiesen, sondern kann er ganz flexibel sein und von überall auf der Welt, von der Raumstation, vom Mond aus, kann teilnehmen. Das sieht dann so aus, dass sobald ich da raufklicke als Astronaut, bekomme ich hier meine Einführung auch hier wieder im internationalen Kontext unterwegs gewesen und bekomme hier gesagt, dass die Kollegen Feedback brauchen und es drei Aufgaben gibt, die ich jetzt gleich auf diesem Klick-Prototypen lösen soll. So, ich kriege dann noch ein bisschen eine kleine Einführung, wie das Ganze funktioniert und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin startklar, kann ich entsprechend auf Beginn klicken und was jetzt passiert ist, dass sich unser Klick-Prototyp öffnet und auch gleich die erste Aufgabe erscheint. Wir wollen jetzt wieder herausfinden, an welchen Projekten denn eigentlich die Kollegen arbeiten, beziehungsweise an welchen, welche Kollegen an speziell diesem Projekt arbeiten. So, genauso wie wir es eben mit der Pia auch gemacht haben. Wo können wir diese Informationen denn finden? Das schauen wir uns doch jetzt auch mal wieder an. Genau, wo war denn das jetzt nochmal gleich? Ich wüsste es ja jetzt noch nicht an der Stelle, aber daher denke ich jetzt mal, das ist bei About. Und dann gucke ich mal, gibt es da was? Ja, hier gibt es Team. Genau, und jeden Klick, den ich jetzt mache, der wird aufgezeichnet. Also, ich kann später nachvollziehen, wo die verschiedenen Astronauten hingeklickt haben und auch, welche falschen Klicks sie gemacht haben. Also, auf welche Irrwegen sie unterwegs waren, in so einer Art Klickdiagramm. Also, jeder Klick wird jetzt hier aufgezeichnet. Was auch aufgezeichnet wird, ist die Erfolgsrate, also, ob ich es jetzt gefunden habe oder nicht und die Zeit, die ich dafür gebraucht habe. So, ich habe es jetzt gefunden, deswegen sage ich, ich bin hier fertig und kriege dann auch direkt die zweite Aufgabe. Worum geht es denn da? Also, wo kann ich denn sehen, wie der Arbeitsplatz meiner Kollegen aussieht? Das wollen wir doch auch noch rausfinden. So, dann starte ich mal und der Arbeitsplatz meiner Kollegen, ich weiß ja jetzt schon, die Kollegen, die sind unter About. Da schaue ich nochmal beim Team nach. Ja, okay, das ist ein Gruppenfoto, aber den Arbeitsplatz sehe ich da jetzt nicht so richtig. Da sehe ich die einzelnen Kollegen auch ganz nett, aber den Arbeitsplatz habe ich jetzt noch nicht gefunden. Da muss ich, glaube ich, nochmal an einer anderen Stelle schauen. Wo könnte es denn sein? Vielleicht Mission Operations. Gucken wir mal da. Ah ja, das sieht doch schon nach dem Arbeitsplatz der Kollegen aus. Da habe ich auch die 360-Grad-Tour drin. Super, ich glaube, ich habe das gefunden an der Stelle. So, schauen wir mal nach der nächsten Aufgabe. Auch hier wurde jetzt wieder aufgezeichnet, wo ich geklickt habe, auch dass ich hier fehlgeleitet worden bin, dass das mit About für mich missverständlich war. Das kann ich dann anhand der Klickpfade herausfinden und kann auch schauen, wie viele das jetzt betroffen hat. Wenn ich da jetzt beispielsweise sehe, dass die Hälfte der Astronauten zunächst auf About geklickt hat, finde ich nochmal raus, dass das About an der Stelle irritierend ist und dass man vielleicht nochmal, ja, dass ich mit einer anderen Sortierung anschauen sollte. So, schauen wir auch nochmal in die nächste Aufgabe. Eine letzte Aufgabe haben wir ja da noch. Wo finden wir denn einen Überblick über die größten Erfolge der Kollegen? So, da schauen wir uns auch nochmal an. Größte Erfolge, das hat bestimmt das Highlights. Highlights. Ich suche nach Highlights. Highlights, aber die habe ich schon mal nicht hier auf erster Ebene, die Highlights. Aber das hat ja damit zu tun mit Discoveries. Genau, Discoveries. Und die Highlights, ah ja, die Highlights sind hier auch, das habe ich jetzt auch, denke ich, relativ schnell gefunden. Und alles, was ich tatsächlich auch verbalisiere, während ich diese Aufgaben durchführe, auch das können wir aufzeichnen. Also, ich bekomme nicht nur diese harten Klickzahlen und Klickpfade und Erfolgsrate, sondern ich bekomme auch noch ein Think-Aloud dazu, sodass ich zum einen diese harten Zahlen habe und zum anderen ist es aber auch so, dass, wenn ich sehe, dass die Astronauten an gewissen Stellen Probleme haben, ich nochmal in die Audioaufnahmen und in Screenrecording reinschauen kann und dann gucken kann, ob ich das anhand dieses Think-Alouds besser verstehen kann. Also, hier ist es so, dass ich zunächst die Erfolgsrate so als Vorfilterung habe und dann mir nicht diese 50 Stunden Videomaterial anschauen muss, sondern da wirklich reinspringen kann, wo Probleme waren. Und ich muss es ja nicht moderieren, also spart mir letztlich sehr, sehr viel Zeit. Und ich kann aber im Vergleich zu einem klassischen Visibilität-Test hier nochmal eine viel, viel größere Fallzahl befragen und kann jetzt hier schauen, wie war die Erfolgsrate jetzt mit diesem Klick-Prototypen im Vergleich zu einem anderen Klick-Prototypen, um dann zu entscheiden, welches ist denn die beste Variante. Oder vielleicht am Think-Aloud nochmal abzulesen, wo kann ich das jetzt noch ein bisschen optimieren. So, auch hier waren wir jetzt erfolgreich. Die Evaluation ist jetzt abgeschlossen, super. und ich würde dann zurück in die Community geleitet werden. So, was haben wir denn jetzt im Prinzip gemacht? Fassen wir noch einmal zusammen, was wir mit der Community getan haben. Als allererstes haben wir eine Tagebuchstudie durchgeführt, um mehr über die Bedürfnisse der Astronauten zu lernen. Wir haben dann zu einem Ideation-Workshop eingeladen, um gemeinsam mit den Astronauten Ideen zu entwickeln, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. In dem Fall war das, ich will mehr über die Arbeit meiner Kollegen wissen. Wir haben dann die Ideen aus dem Ideen-Workshop genommen. Sie erinnern sich an den Spacefluencer, an Spacebook, aber auch die NASA-Webseite, die wir dann weiterverfolgt haben. Und warum haben wir die weiterverfolgt? Weil wir diese Ideen genommen haben und in einer Online-Befragung von allen Astronauten bewerten lassen haben. Da kam dann raus, dass erstmal dieser NASA-Webseitenbereich am vielversprechendsten ist. Und das Design-Team hat daraufhin dann einen Klick-Prototypen entwickelt, der dann in einem Usability-Test mit sechs Astronauten erstmal evaluiert worden ist. Dort haben wir gelernt, dass die Struktur noch nicht optimal ist und daher die Astronauten im Rahmen eines Card-Sortings dann selbst einmal die Inhalte sortieren lassen, um zu lernen, wie ticken denn die Astronauten an der Stelle eigentlich. Das Design-Team hat dann daraufhin drei verschiedene Prototypen mit unterschiedlichen Navigationsstrukturen entwickelt, die dann hier zuletzt in einem unmoderierten Usability-Test mit den Astronauten gegeneinander getestet worden sind. Wir wissen nun anhand der Erfolgsrate und Aufgabenlösungszeit, welche Struktur von diesen dreien die beste ist. Wir sind also über die Bedürfnisse der Nutzer zur Produktidee gekommen und haben für diese Produktidee die bestmögliche Struktur erarbeitet, indem wir in jedem Schritt unsere Nutzer involviert haben. Natürlich ist das jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten, die uns so eine Community bietet. Wir könnten genauso die Nutzer über die Inhalte befragen, die auf diesem Webseitenbereich dargestellt werden sollen. Oder wir könnten die Inhalte auch gemeinsam mit den Nutzern erarbeiten. Da würden wir dann vielleicht wieder zu einem Workshop einladen oder im Prinzip so eine Forendiskussion starten. Einmal aufgesetzt, bietet uns die Community in jedem Fall einerseits einen schnellen Zugang zu den Nutzern und andererseits eine ganze Bandbreite von Tools an. Dabei können wir auch Tools, die sie selbst einbringen, wie zum Beispiel eine eigene Befragungssoftware, integrieren und somit die Community in alle möglichen Richtungen und alle möglichen Tools erweitern. Was den schnellen Zugang angeht, reichen auch bereits vom Aufsetzen bis zur Aktivität wenige Tage und auch dann bis zu den Ergebnissen. Da ja diese lange Zeit der Rekrutierung wegfällt und auch diese Angebotsphase, wo sie vielleicht Dienstleister anfragen und dann beaufragen, fällt weg, weil man in der Regel so eine Community einmal im Prinzip eingekauft hat für einen längeren Zeitraum und dann auf diesen Testerpool zugreifen kann. Genau, der Testerpool, das dauert natürlich ein bisschen Vorlaufzeit, das Ganze aufzubauen, aber wenn es dann so weit ist, dann geht es sehr, sehr schnell und Sie können jederzeit Aktivitäten reinkippen. Soviel erstmal zu unserem Förderprogramm für Ihre Entwicklung. Sicherlich haben Sie da jetzt die eine oder andere Frage. Ich würde mich jetzt über den Austausch mit Ihnen freuen. Wir können das entweder so handhaben, wenn Sie ein bisschen schüchtern sind, dass Sie in den Chat schreiben. Ansonsten können Sie auch, wir werden dann die Aufgabe auch gleich stoppen, gerne Mikrofon und Kamera einschalten und einfach eine Frage einwerben.